2025, dynamische Zeiten, in denen wir uns befinden und was jetzt genau wichtig ist für CTOs und Entscheidungsträgerinnen und Träger in Unternehmen, das möchte ich heute in einigen Fragen kurz beantworten. Was ist ein CTO oder eine CTO? Wie die eigene Ingenieringsfähigkeit weiter ausgebaut werden soll. In vielen Unternehmen, gerade im Mittelstand, gibt es diese Rolle oder diese Bezeichnung gar nicht so. Darum geht es heute aber auch nicht. Heute geht es eigentlich um die Personen, die verantwortlich sind für Technik, für Innovation und natürlich auch für die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch das Engineering. Es gibt viele Wege, wie ich mit CTOs in Kontakt komme. Natürlich oftmals durch schon anstehende Kooperationen, Projekte. Man trifft sich in der Regel bei größeren Meilensteinen und kommt dann in Austausch. Ich selber bin sehr aktiv hier in unserem regionalen Netzwerk, it's OWL, und reden immer mal wieder und tauschen uns aus, was uns gegenseitig natürlich auch immer wieder befruchtet. Ich kriege sehr viele Anfragen durch Keynotes, die ich irgendwo halte und mal Impulse gebe und dann angesprochen werde. Und zunehmend über die letzten, ja würde ich mal sagen, letzten zwei Jahre tatsächlich auch sehr viele Anfragen, tatsächlich durch unsere Social Media Aktivitäten. Ich bin ja schon so ein kleiner YouTuber und seit neuestem habe ich auch einen Podcast, wo es auch um die Zukunftsthemen geht. Und da werde ich dann oftmals auch sehr gerade überregional oder international angeschrieben und gefragt, ob wir uns einfach mal zu dem Thema Engineering und Zukunft des Engineering austauschen. Ja, nach sehr erfolgreichen Jahren, die wir zuletzt hatten, merken wir jetzt seit ein, zwei Jahren tatsächlich, dass einige Pruktinnovationen ausgeblieben sind. Das heißt, man hat mich oftmals, hat man sich sehr stark auf die aktuellen Erfolge fokussiert, die ausgebaut, dann aber gemerkt, dass tatsächlich die eine oder eine Pruktinnovation ausgeblieben ist. Das schmerzt aktuell und deswegen sind diese Themen ganz, ganz wichtig, jetzt wirklich in den Bereich der Pruktinnovation voranzukommen und gleichzeitig natürlich auch die eigenen Prozesse wettbewerbsfähiger zu gestalten. Und da sind wir ganz klar bei dem Thema KI. Das ist ein großer Schwerpunkt für jeden CTO, eigentlich in allen Branchen, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind aber auch gerade im Maschinenanlagenbau, im Automotive, in diesen Industrien dabei, die gesamte Engineering-Fähigkeit und die Prozesse und die Organisation zu wandeln und praktisch auf die neuen Herausforderungen einzustellen. Aber es kommen auch ganz andere Themen, wie zum Beispiel das Thema Cyber Security, was ein CTO immer Kopfschmerzen bereitet, da doch die Angriffe immer wieder zunehmen. Auch das spielt mit rein. Und auch das Thema Talente zu gewinnen, weil das wird ganz entscheidend sein, zukünftig noch Engineering in Deutschland voranzutreiben, wenn wir die richtigen Talente dafür auch gewinnen und halten können. Ja, in 2025 wird es natürlich wichtig, die KI als Technologie viel besser zu erschließen. Ich glaube, die Potenziale wurde viel gesprochen. Jetzt geht es tatsächlich darum, das in die Produkte, aber auch in die eigenen Prozesse viel stärker zu integrieren. Und gerade im zweiten Teil, da sehe ich schon auch eine wichtige Aufgabe für CTOs aktuell. Das heißt, KI als, ja, wir nennen das als KI-enabled Organisation, das Ganze voranzutreiben, das ist unglaublich wichtig. Es kommen aber auch so andere Themen dabei, die ein bisschen unter dem Radar laufen, die meiner Meinung nach aber ganz, ganz wichtig sind. Das ist das ganze Digital Engineering, also die gesamte Digitalisierung und Durchgängigkeit der eigenen Prozesse, der eigenen Daten, weil ohne das wird die KI auch nicht viel machen können. Das wird wichtig. Aber auch, und das sehen wir auch, auch wenn das momentan gar nicht so unvoke ist, aber vielleicht deswegen muss man es jetzt auch ansprechen, ist das ganze Thema Green Tech, also tatsächlich die Produkte in Richtung Kreislauffähigkeit zu entwickeln. Wir haben die ESPR, also die Regularien, die kommen, die das in den wenigen Jahren jetzt wirklich verpflichtend vorschreiben auf der EU-Ebene. Wir haben den digitalen Druckpass, der auf uns zukommt. Das sind alles Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss und die alle auch voreinander nicht so wahnsinnig zu trennen sind. Und das ist eigentlich was Gutes, wenn man diese Komplexität aber im Auge auch behält. Ja, CTOs müssen auch die Leute mitnehmen bei sich im Unternehmen. Und dafür ist es wichtig, dass man diese ganzen Technologiethemen und das nicht alles als Buzzwords sieht und vor allem auch nicht so nutzt. Das heißt, am besten ist es tatsächlich, selber auch da voranzulaufen. Eine CTO hat nicht das Ziel, die beste Fachexpertin im Unternehmen zu sein, sondern die besten Fachexpertinnen und Experten für eine gemeinsame Sache zu gewinnen und dahinter zu versammeln. Und aber natürlich auch an der einen oder anderen Stelle sich mit diesen Technologien intensiver zu beschäftigen, ein Gefühl zu bekommen, was verändert sich gerade. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach Personen haben, die nahbar sind und mit den Technikerinnen und Technikern im Unternehmen eng zusammenarbeiten und eigentlich im täglichen Austausch sind. Ja, ich hatte schon gesagt, KI ist ein Megathema. Das wird auch wahrscheinlich für längere Zeit erstmal so bleiben. Und ich glaube, das ist noch nicht so ganz angekommen. Auch bei vielen CTOs, mit denen ich dann spreche. Natürlich weiß jeder, was künstliche Intelligenz ist. Und viele haben diese Technologie natürlich auch schon eingesetzt über die letzten Jahre. Oftmals in Produkten, oftmals in der Produktion. Aber das wirkliche Potenzial, auch gerade für Leistungserbringungsprozesse wie im Engineering, das wird marginal nur oftmals erkannt, obwohl uns solche Tools wie JetGPT ja gezeigt haben, wie gut wir unterstützt werden können in unserer täglichen Arbeit. Und da gibt es viele Missverständnisse. Also dann probiert mal einer was aus und sagt, Na, Moment mal, das kann immer noch nicht Strawberry mit der richtigen Anzahl an R schreiben. Oder man hat gleich diesen Irrglaube, dass wenn man mit komplexen KI-Modellen, also Sprachmodellen, LLMs, was machen möchte, dass man sofort in eine absolute Abhängigkeit der Amerikaner oder der Hyperscaler kommt. All das sind so Missverständnisse, die ich oftmals sehe, mit denen wir auch aufräumen müssen. Das ist natürlich nicht bei allen CTOs so. Aber doch so eine gewisse Befangenheit gegenüber dem Thema, so aus dem Spielerischen wirklich in das Produktive zu kommen, in das Zählbare. Die sind da und da müssen wir aber hin. Also das ist ganz, ganz wesentlich. Also ohne eine wesentliche KI-Kompetenz wird das meiner Meinung nach als CTO in der Zukunft ganz, ganz schwierig. Und zu einer KI-Kompetenz gehört nicht, dass ich einen Algorithmus entwickeln muss, sondern es gehört darum, zu verstehen, welche Modelle entstehen gerade. Wo gibt es das? Welche von diesen Modellen kann ich wie einsetzen? Wie schaffe ich auch, unabhängig zu sein, um meine eigene digitale Souveränität sicherzustellen? Und wie sieht auch eine Infrastruktur dafür aus in meinem Unternehmen? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da vorankommen. Wir können nicht alle zig Millionen investieren in Rechenzentren. Auch dafür muss man dann verstehen, wofür brauche ich Rechenpower als eigenes Unternehmen und wofür eben auch nicht. Und für ganz viel brauche ich gar nicht so viele Investitionen. Der Microsoft-Chef Nadell hat das neulich eigentlich sehr schön gesagt. Die große KI-Revolution findet am Ende des Tages nicht bei den Hyperscalern statt, sondern Industrie bei den Anwenderinnen und Anwender. Er verspricht ja 10 Prozent Wachstum weltweit. Und ich glaube, so falsch wird er nicht damit liegen, wenn wir diese Technologien auch in Deutschland verstehen einzusetzen. Ja, der Alltag eines CTOs, das musste ich auch erst mal so wahrnehmen, der ist manchmal gar nicht so viel von Innovation und Technik geprägt, sondern tatsächlich von vielen operativen, vielen strategischen und vielen Managementaufgaben. Und wenn das ganz blöd läuft, ist man fast schon so ein bisschen isoliert von der eigentlichen Technik und von den eigentlichen Fachexpertinnen und Experten. Und das ist tatsächlich eine große Gefahr. Und das ist wirklich ein Missstand, der nicht sein dürfte und nicht sein sollte. CTOs müssen nah an den Technologien sein. Sie müssen nah an der Technik sein, nah an den Menschen in der Organisation und nicht als Top-Manager oder Top-Managerin in ein Unternehmen reinkommen und sagen, okay, jetzt muss ich das Ganze hier erst mal verwalten und managen. Und ich habe fast alle CTOs, die ich kennengelernt habe, die haben da auch gar kein Interesse, sondern das sind auch noch technikbegeisterte Personen. Und das nimmt dann die Leute mit. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, keine starre Struktur, sondern wirklich eine innovationsfreudige Struktur zu schaffen und mit Begeisterung an dem Thema zu sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn das der CTO oder der CTO nicht vermittelt, dann, glaube ich, wird es schwierig. Und das ist eine der primären Aufgaben, Begeisterung für Technik, Begeisterung für technische Lösungen, für die Herausforderungen, vor denen wir liegen. Es gibt im Stand der Wissenschaft immer diesen Begriff der Amidextrie. Das heißt, dass man, ja, das griechische Wort für Beidhändigkeit, das heißt, dass man in der Lage ist, sein Kerngeschäft, also das, wo man erfolgreich ist, was vielleicht nicht mehr mega innovativ im Sinne von Neuigkeitsgrad ist, aber noch super erfolgreich am Markt ist, dass man das weiterführen muss. Auf der anderen Seite muss man auch Strukturen schaffen, in denen man komplett neue Wege gehen muss. Nicht nur neue Wege im Produkt oder in der Leistung, sondern auch neue Wege in der Organisation, in der Gestaltung der Prozesse dahinter, auch in der Gewinnung der Leute, die vielleicht nicht in eine Organisation reingehen wollen, die seit 40 Jahren gleich arbeitet. Und deswegen mag ich diesen Begriff der Amidextrie grundsätzlich schon, auch wenn er sehr sperrig klingt, weil es nichts anderes heißt, außer man muss auf der einen Seite inkrementell sich verbessern, auf der anderen Seite muss man auch gucken, wo macht man mal wirklich disruptive Sprünge und ist auch wirklich mutig. Und beides machen erfolgreiche Unternehmen extrem gut und haben da auch keine Angst davor, sich vielleicht dann gegenseitig zu kannibalisieren im Geschäft, sondern diese Dinge einfach voranzutreiben. Klingt viel leichter, als es ist, das weiß ich auch, aber nichtsdestotrotz ist das ganz, ganz wichtig, um insbesondere auch die jungen Leute zu begeistern, voranzukommen. Auf der anderen Seite aber auch, und da springen wir auch darüber, ein CTO, der rote Zahlen schreibt mit seinem Geschäft, der wird auch nicht lange oder sie lange in ihrer Position bleiben. Man muss das schon in Einklang zueinander bringen. Ja, ich glaube, in fünf Jahren werden einige Themen nochmal viel, viel wichtiger, die wir vielleicht gerade nur an der Oberfläche kratzen, zumindest in manchen Branchen. Also ich denke, man muss auf alle Fälle verstehen im technischen Bereich, dass es jetzt gerade darum geht, Autonomie zu entwickeln. Autonomie als die wesentliche Eigenschaft der Produkte, Autonomie aber auch im gesamten Prozess. Also wenn ich so mal auch ins Ausland gucke, was ich so zu hören bekomme, dass ganze Lastenhälfte praktisch komplett KI generiert, zumindest unterstützt, geschrieben werden, wo man früher drei, vier Wochen gewartet hat als Zulieferer. Heute kriegt man das praktisch am nächsten Tag zugeschickt. Also all das spricht für einen großen Automatisierungsgrad in vielen Belangen und vielen Bereichen. Aber eben Autonomie als gesamttechnologisches Konzept zu verstehen, dass wir Produkte, Komponenten liefern, die in ein gesamtes System mit einliefern. Wir sehen das im Automobilbereich. Wir werden das in der Robotik sehr stark sehen, wo wir dort uns einbringen können, gerade aus Deutschland mit Hightech. Das sehe ich als einen ganz wesentlichen Punkt. Was ich aber auch ganz wesentlich als Thema sehe, womit wir uns jetzt, die Softwareunternehmen, werden jetzt alle schmunzeln, weil die beschäftigen sich damit schon länger. Aber im Maschinenanlagenbau auch im Automotive, wo ich noch viel Luft nach oben sehe, ist der gesamte Open-Source-Bereich. Also wir müssen verstehen, Open-Source ist nichts Schlechtes, nur weil es Open-Source ist. Das heißt auch nicht, dass das völlig umsonst ist, sondern es bedeutet, dass ein Geben und Nehmen ist. Und man muss Strukturen schaffen, Open-Source-Technologien im Unternehmen sicher und vernünftig und professionell und in einem industriellen Maße auch einsetzen zu können. Da sehe ich viel Potenzial noch. Und da denke ich, dass wir uns darüber in fünf Jahren wesentlich uns damit beschäftigen werden und diese Potenziale bis dahin heben müssen. Ein Punkt, der mir auch wichtig ist, weil er viel Verunsicherung schafft, heute schon, und in fünf Jahren voll durchschlagen müsste, ist die Regulatorik. Also in der EU wird ja viel geschimpft, dass viele, viele Acts, AI-Act, Cyber-Resilience-Act, viele Dinge entstehen. Die entstehen ja aber auch, um uns als Konsumenten, die wir ja auch sind, wiederum zu schützen. Und ich denke, da müssen wir es im Einklang finden, mit wenig Polemik, oder mit keiner Polemik, sondern wirklich mit dem Fokus darauf, wie wir technische Lösungen schaffen, die in diesen Regularen sich bewegen. Und diese Regeln, da bin ich dann komplett dabei, die müssen dann für alle gelten. Und das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt und auch immer noch etwas idealistisch als etwas, wo wir als in Europa auch vorweglaufen müssen. Denn sonst werden wir bei der technologischen Entwicklung, die auf uns zukommt, ja eher in Dystopien enden. Ja, wenn ich ins Jahr 2030 mit unserem DeLorean steigen würde, und das tue ich ja gedanklich sehr, sehr oft, dann wünsche ich mir, und ich glaube auch fest daran, dass wir in Deutschland es verstehen, dass wir wirklich alle Möglichkeiten haben, alle Voraussetzungen, um wirklich ein Full-Stack-Engineering made in Germany zu machen. Was meine ich mit einem Full-Stack-Engineering? Wir sind das Land der Ingenieureinnen und Ingenieure. Und das haben wir Jahrzehnte extrem gut ausgebaut. Das heißt, wir haben extrem hohe Kompetenz im Maschinenbau, in der Mechatronik, in der E-Technik, in allen Disziplinen, auch im Bereich Software haben wir mehr diesen Engineering-Charakter in der Umsetzung dahinter, als jetzt wirklich diesen reinen Erfindergeist, dass wir irgendwas zum ersten Mal machen. Sondern unsere Erfindung kommt tatsächlich in der Umsetzung, in der Integration. Und ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass das die Fähigkeiten der Zukunft sind. Und die Zukunft wird nicht digital, zumindest nicht rein digital, sondern die Zukunft wird. Und alle Probleme, die wir haben, sind physische Probleme. Das heißt, wir müssen Lösungen machen, die Technik haben, die anfassbar sind, die viel Software haben werden. Und deswegen auch müssen wir diesen Full-Stack von wirklich den originären Engineering-Themen mit IT-Themen zusammenbekommen. Und das dürfen nicht mehr getrennte Disziplinen sein, sondern das müssen wir im Unternehmen, auch in den Personen, muss sich das vereinigen. Ich finde das super spannend, als Ingenieurin und Ingenieur, hier in der Zeit aktiv zu sein, sich ständig weiterzubilden, ständig neue Möglichkeiten einzusetzen. Und da muss ein CTO einfach vorweglaufen, damit wir diese Vision und diese Realität 2030 schaffen. Weil ich glaube, nur im IT-Sektor oder nur im klassischen Engineering, damit wird man zukünftig auch in Deutschland schwer nur erfolgreich sein, sondern die Innovationen stecken eigentlich darin, das zusammenzuführen. Und deswegen wünsche ich allen CTOs in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Erfolg dabei. Ja, das waren die wichtigsten Fragen für CTOs in 2025 für heute. Wenn ihr noch Fragen habt oder Punkte, die euch interessieren, dann schreibt die bitte gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst da gerne ein Like da, aktiviert ein Abo und die Glocke für unseren Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr immer mal wieder auch in unseren Zukunftspodcast Outer Time reinguckt, weil da entwerfen wir die Zukunft zu ganz, ganz vielen Themen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.